Der Alaskan Malamut stammt aus West-Alaska. Dort lebte er bei einem Inuit-Stamm, den Malamuten. Der Alaskan Malamut ist zwar nicht so schnell wie andere Schlittenhunderassen, doch mit schweren Lasten hat er dafür keine Mühe. Der Alaskan Malamut als Lastenzugtier ist der schwerste und größte unter ihnen. Er wird mit dem FCI-Standard Nr. 243 beschrieben. Als Widerrisshöhe für den Rücken werden 63,5 cm genannt, bei einem Gewicht von 38 Kilo. Seine Fähigkeit, als Schlittenhund zu arbeiten, sollte an den kräftigen Läufen erkennbar sein. Typisch für den Alaskan Malamut ist die weiße Kopfzeichnung. Wie eine Kappe. Das Gesicht ist entweder teilweise oder ganz weiß. Der Blick des Alaskan Malamuts ist voller Wachsamkeit, Interesse und Neugier. Zwischen seinen Augen hat er eine leichte Furche. Alaskan Malamut und Siberian Husky sind beide Rudelhunde. Ausgeglichen und wenig ängstlich. Sehr anhänglich und menschenfreundlich. Wegen dieser ausgesprochenen Freundlichkeit sind sie allerdings beide nicht als Wachhunde geeignet. Alaskan Malamuts sind im Herzen Jäger, stur und dickköpfig. Sie sind eigenwillig und lieben die Freiheit. Deshalb sind sie nicht leicht zu erziehen. Mit eigenen Artgenossen sind Alaskan Malamuts gesellige Hunde. Ausgeglichen und lieben die Freiheit. Untertitelung ab 20.04.